Hi Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit dem Sachsen-Netzeperl! Hallo! Liquid Duckt! Quack quack! Ich sag mal Duckt! Liquid Duckt! Äh, äh, der Freezy! Hallo! Und... War der? Wer war der noch? Ach, Dalu! A fight! Count me in! Der Dalu ist auch dabei! Yes! Bin ich dabei, ne, bei nem Kampf! Ohne Scheiß, das sag... Und Sachse, ihr sagt beide immer The Liquid Duckt! Aber da steht kein T hinter dem Duckt! Ja, ich weiß! Ne Duckt ist ja auch ne Leitung oder sowas, ne? Ne, Duckt ist ja... Liquid... Ich sag einfach mal Quack quack jetzt, umgutes! Hallo meine Lieben! Ja, äh, Ducky! Hahahaha! Emotionen, Alter! Äh, Ducky wieder! Oh man... Ja... Naja... 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 Das ist ja genauso wie Randy mit Kevin Tino. Gab es da nicht einen Schauspieler? Ja, Quentin Tarantino. Das ist genauso. Also Garage einfach rein? Ja, versuchen, aber kann sein, dass es gemutet ist. So, ja. Es ist verstärkte Wand, da kommst du ja nicht auf. Es ist gemutet. Oh, wie ist der weggefloten? Ich hab's auf Band. Leider nicht, ich hab's nicht mal gesehen. Oh, krass. Randy, ich kann's nicht machen. Geht alles, wie du siehst. Ist das heftig. Sorry, Leute. Du könntest den Jammer... Achtung, Fenster oben. Ladenzimmer oder Wohnzimmer? Hier. Okay, wenn einer rechts durch die Tür gucken würde, kann er den Jammer kaputt machen, der links vor der Garage liegt. Den würdest du ja sehen. Du kannst den ganz links wegmachen. Ganz oben, ganz oben, ganz oben. Ich fahr mit ner Drohne mal eben rein. Ja. Ich lade nach. Loll. Alles gut gemacht, Alter. Ja, hab ich gut geworfen. Super. Okay, die eine sitzt direkt hinter der Wand. Also, wenn man da reingucken würde, würde man die sehen. Kannst du aufmachen, Füßi? Ne. Ist halt gemildet. Achtung, Füßi, direkt links ist ein Gegner. Links hinter den Regalen, also ungefähr hier hinter. Ja. Ist jetzt rechte Seite. Ja, er hat auf jeden Fall gefressen. Kann einer jetzt den Jammer dann machen? Du musst ja nur von rechts ganz reingucken. Sollte nicht Füßi machen, weil wenn er stirbt, ist das Ende. Mach du mal, Tino, wenn ich sterbe. Was soll ich machen? Links den Jammer weg? Ja. Hab der, das war Frost. Schön, schön, schön. Wo ist die der Fall? Ah, du gehst so nah wie möglich rechts an die Wand und guckst dann zur Garage da runter. Okay, ich hab den Rook. Ja, okay, jetzt kann ich mal links sprengen. Perfekt. So, das war der Plan. Oben im Fenster habe ich Rook gekillt. Ne, ist nicht weg. Ganz links. Ganz linke Tür. Ganz links, ja. Gleich Knall. Er ist wirklich weg. Eine Stunde später. Wir haben schon, wir haben schon drei gekillt, also läuft doch gut. Ja, aber ist langgeilig hier draußen. Oh Leute, ich muss ja vielleicht zur Seite gehen. Manos, geh mal rechts an die Wand und schick eine Drohne mal rein. Guck, ob in der Garage noch einer ist. Drohne bereit. Ich hab die Tür. Die linke. Hier liegt einer und stinkt. Hier ganz hinten am Boot ist einer, also die zweite Tür. Die noch, nicht die mal aufgesprengt haben, die rechts daneben, die große Tür. In der Garage? Ja, in der Garage. Ja, hinterm Auto. Perfekt. Ja, genau, genau, genau. Dann noch einer beim Schild. Wer ist jetzt beim Schild? Den hab ich. Moment, ich fahr weiter. Okay Leute, ihr wisst Bescheid. Ich fahr weiter. Ich fahr weiter. Du bist so ein Pisser, ey. Ohne Mist, ey. Ohne Scheiße. Ey. Ey, das ist so. Entschuldigung. Oh Mann. Ey. Boah, Alter ey. Ey, ohne Mist. Guck mal, wie er da weggekriegt. Die Runde mach ich gar nix, ja. Ich mach keine Rente und so. Och, komm. Nein, ich mach... Nein! Das war eine geile Runde von dir. Die Calls waren on point. Aber ich konnte dir doch nicht zulassen, dass du mit dem Diffuser zum Gegner rennst. Ich... Du hattest den Diffuser. Fehl mir die Worte! Du warst nicht in dem Raum. Ne. Gut, dass das mal einer sieht auch in der Öffentlichkeit. Wie hier gespielt wird. Unter welchen Mitteln. Da wärst du weggenatzt. Da wärst du einfach weggenatzt. Gott vom Gegner. Äh? Ne. Du hattest den Diffuser. Ich musste die Mission sichern stellen. Das war ein 100% Ding, dass ich den hole. Ich wusste wo der kommt. Ich musste die Mission sichern. Ach Scheiße. Und es war wichtig... Es war wichtig, dass der Diffuser in der Garage bleibt. Ich sag einfach dazu nichts. So. Ich mach hier meine Wand hin. Ich stell hier meine... Ich hätte das aber gerne aus deiner Sicht gesehen. Meine Netze auf? Ja. Achso. Warte. Wenn es da überhaupt ne Sicht gab. Da gab's keine Sicht. Ich bin einfach umgefallen. Es hat geklappt. Einfach Bums weg. Die Wandverstärkung ist fast fertig. So. Könnt ihr hier noch die Wände verstärken? Please? Wo? Hier, hier, hier. Warte, ich nehm die Wände ab. Die Kichner haben eine Bombe lokalisiert. Ahahaha. Aua. Entschuldigung. Manus wieder. Bis genau. Oh, nimm die Waffe weg, Junge. Hier ist ja wieder direkt in die Brust. Manus. Sag mal, gibt's ja... Ja, hier ist noch offen. Westen und sowas haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Warte, die Wand nicht zu machen bitte, Freezy. Welche? Okay. Okay. Hallo. Soll ich hier zu machen? Die Große? Äh... Ja, dann ist aber keiner... Ja doch, das reicht, das passt. Das geht. Macht zu. Okay. Die Tür hier kann auch einer zu machen, oder wollt ihr die offen lassen? Irgendeiner hat ein Jägerding zerstört. Das große Doppelfenster geht auf. Ja, das ist bei dir Freezy. Ey, hier ist nix. Bring da was an. Da. Ah, okay, das andere große Doppelfenster. Boah, ich hab nur 14 AP. Wo, wo, wo? Ich glaub, Sniper sitzt draußen. Ja, 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 wie immer. Ja. Das große Doppelfenster ist auf. Ich weiß auch nicht, was ballert ihr hier? Hallo, Leute. Also die schmale Treppe, da... Rendy ist da offen. Rendy ist da offen. Aber sonst siehst du nicht, das Blend-Visa. Könnte aber oben auf dem Dach sein, ich weiß es ja nicht. Ich kann da leider grad nichts machen. Jetzt in der PS. Was ich versuchen könnte, ich könnte zu dir rein Freezy und du schießt mir mit der Pistole in den Fuß. Okay. Wir wissen, wo ich bin. Ich glaub, einer ist drin. Ne, der ist hier auf dem Dach. Im Fuß? Die wollen nach B, Leute. B ist bei uns. Wenn die deckt mal hinter uns das Fenster, was da offen war. Danke. Jo. Hier ist was aufgegangen bei uns im Raum. Das große Fenster. Einer ist in meine Bärenfalle gerannt. Oh ja. Den da. Ja, jetzt bin ich tot wegen dem großen Fenster. Also die sind, da sind drei Stück oder so in meinem Raum. Und da ist auch die Bombe. Zwei in meiner Bärenfalle. In dem Raum, bei dem kein Kind das übergingen. Zwei Leute in der Bärenfalle. Aber pass auf, dass nicht rechts Dings steht. Äh, Randy. Äh, ich geb mir ein Glas. Hat ihn angeschossen. Wo ist denn der? Einer müsste bei euch aus dem großen Wohnzimmerfenster rausgehen und rechts reingehen. Da ist er. Im Schlafzimmer sind auch zwei. Ui, oh. IQ noch jemand. Ja, schön. Geht der bitte nicht ins Sichtfeld rein, versteh ich nicht. Also vor. Da rein. Ich hab kein Draht. Manus, pass auf. Leck mich. Ist echt so. Siehst du den Laser nicht? Ach, jetzt kann der von rechts oder wie? Hey, wo war denn der? Ach, oben. Warum wart ihr zu zweit in dem großen Schlafzimmer? Schlafzimmer? Achso, das war das. Nee, wir waren nicht drauf. Wir waren bei der Bombe. Das war ja wohl gar nichts. War im Bad. Diese Runde wird alles besser. Ich hab null Kills, dank Danu. Sowieso hättest du auch vorher gehabt. Ich hab dir ja keinen abgezogen. Nee. Aber du hast mir einen geklaut. Du hattest die Bombe. Ich hatte die Bombe? Den Diffuser. In der ersten Runde, wo ich dich geteilt bin hatte, hattest du den Diffuser. Ja. Schon wieder Garage? Naja, selbe Aufstellung bestimmt wie gerade. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, selbe Setup auch wieder. Ja dann, selber Weg rein. Oder? Ja, ja. Das Gute ist halt, wenn du durch die Garage reingehst, sparst du dir halt komplett alle Bären fallen. Zum Einsatz. Und Kapkan Drähte. Ja. Noch 5 Sekunden. Seid ihr aufgeregt? Äh. Absolut nicht. Absolut Casual. Juhl. Jetzt hier am Anfang nur aufpassen. Okay. Ich hätte schon werben können. Diesmal nicht Setup. Ach doch. Doch, doch. Einer muss gleich, wenn dann halt vielleicht mit der Drohne wieder checken, trotzdem den Jammer wegmachen. Ja. Ich fahr mal fix. Ne, ich fahr... Soll ich mit der Drohne mal reindüdeln? Ja, wir müssen wissen, ob einer hinter dem linken Garagentor ist. Ja, ich fahr mal rein. Warte. Du kannst dich wieder aufheben, du Pfeife. Jo. So, warte. Jetzt neuer Versuch. Fups. Äh. Moment. Guck, ob einer links hinter dem Ding ist. Keiner. Links ist keiner. Moment. Bis hin Sachsen, sonst bin ich da. Äh. Einer wieder hinterm Auto. Ganz links. Einer wieder hinterm Auto. Einer in der Tür geradeaus. Egal, Jammer ganz links ist weg. Nein, noch einer. Noch einer, sind zwei. Ich kann aufschießen. Soll ich aufmachen? Mach, mach, mach. Okay. Geht auf. Lauf mal, das wird hot. So wie ich. Ich hab wieder die Tür. Wenn ihr euch rechts und links aufhaltet. Das ist auf rechts Auto, Randy. Nicht so viel Rush. Nein. Bist. Hat aber gut abgezogen gekriegt. Der Milit hat noch ne 50 AP. Siehst du was? Wie weit kann ich noch nach links? Äh, nicht viel. Ich seh alles, ja. Ich werd die Seite jetzt crossen. Muss ja mal in die lange Richtung gucken. Also hier geradeaus saß da eben auch einer, ne? Also jetzt weiß ich wo ich mit der Drohne drin war. Haltet mal so ein bisschen die Winkel. Leg mir doch die Tür links, ne? Ja, ist weg. Auto ist weg. Schön. 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 Schön ist es. Da war auch noch einer, wenn ich mich nicht anders dachte. Ne. Hä? Ich glaube nicht. Doch, jetzt ist einer hin, ist einer hin. Hey, da wechsle ich fünf Minuten lang die Position und wer setzt sich dann wieder ins Bild? Mano. Vielleicht sogar. Sehe ich aber von meiner Position aus nicht mehr. 131. Der ist schon tot. Der ist schon tot. Ja, aber da war ja noch einer. Da steht er auch noch. Ja, da ist noch einer rechts irgendwo. Hab'n, hab'n, hab'n. Ich hab'n. Puls. Ist das Dino? Ja. Ich hab' eigentlich gedacht, den hattet ihr am Auto. Der liegt, äh... Tür, Tür, Tür. Du hast die Tür noch, ja? Ich hab' die Tür auch, ja. Jetzt, jetzt wieder. Da ist ein kleines... Da, da, da sind aber Löcher in der Wand. Ja, ja. Hab'n hab' ich. Okay, Freezy hat die Tür, gut. Ich bin nämlich... Wir haben rechts auch den Shotgun, Dude. Das hat nur noch Frost. Aber eigentlich muss doch der am Auto sein. Vorsicht. Noch einer. Wo? Frost rechts, aber ich warte noch. Schön. Schön, 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 schön. Nice. Nice. So, jetzt müssen wir aber hier Verteidigung... Ne? Da müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen. Lass' mal hier mal... Na? Vier Runden. Ist ja nicht normal. Ach, ich nehm jetzt hier. Komm, ich nehm Rook. Was soll's. Ja, nimm mal wen anders hier. Rook ist gut. Rook ist gut. Rook ist echt gut. Rook ist echt gut. Rook ist echt gut. Ja, wirklich. Tief in Wärestön. Setting up the welcome mask. So. Vorhin sind wir. In der Garage. Wo? Es bleiben 10 Sekunden Sehr sehr willkommen Es bleiben 10 Sekunden Wir haben keinen News, keinen Nix? Okay Toll, bin ich hier allein Äh, Freecy, stopp Nochmal zumachen hier Ja, dann ist die Darker noch So, jetzt kannst du die zumachen Die schmeißen auf, rennen die bei dir Direkt geradeaus durch, ja, passt auf Ja Da, wo wir auch immer aufmachen Ja Ich weiß nicht von wo Der Sniper, der ist Glass Der geht mir auf den Sack LOL Dann habe ich einfach nur random mäßig geschossen Der hat mich nicht gesehen Achtung, Granate Will er einen Bug nutzen? Der Penner Grenzt da gegenüber mir auf Geh nur, da kommt einer rein, Tür Jo, 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 nice Hier sitzt einer Neben mir, auf der anderen Seite Der Wand Ich bin ja hier an so einem kleinen Aha Ich habe mir um die Ecke eine Falle gelegt, damit er reinläuft Dann fick ihn doch Wo ist dieser Glass? Der geht mir voll auf den Sack, alter Wo hockt der Sprücher? Hast du es gesehen? Ja, ja, richtig geil Richtig schön Ich habe da noch so rumhampelt Hilf mir Ist mir noch ein Glas, der wird draußen noch auf dem Auto hocken Ich habe ein HP, ey, das geht gar nicht Warte mal, ich gucke mal an der Kamera, vielleicht ist da was Er muss auf dem Auto sein, ich glaube nicht, dass er geswitcht ist Nee, gar nichts So, pass auf, ich, 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 ich opfer mich, ja? Und einfach mal raus Ich gehe vor und gucke, von woher ist er mich er schießt Ich gebe dir zu dein Headshot, wenn du hier rauskriegst Da, direkt, da, da, du geh rum Direkt vor dir Ja, was habe ich wieder gesagt? Ich opfer mich Ich habe mich wieder, nur für den Call, hab, bin ich Und dann macht das noch mit C4, ey Das ist jetzt echt in der Ernst Ist er hier platzt, der Puppe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, war eine sehr coole Runde Schaut bei den anderen vorbei, alles unter Videobeschreibung Lasst, glaube ich, da, wenn es euch gefallen hat Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder Tschüss Tschüss Tschüss